Und die ganze Versammlung stand auf und sie führten ihn vor Pilatus und fingen an ihn zu verklagen und sprachen, wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet dem Kaiser Steuern zu geben und spricht, er sei Christus. Ein König. Pilatus aber fragte ihn und sprach, bist du der Judenkönig? Er antwortete ihm und sprach, du sagst es. Pilatus sprach zu den hohen Priestern und zum Volk, ich finde keine Schuld an diesen Menschen. Sie aber beharrten darauf und sprachen, er wiegelt das Volk auf, damit das er lernt, hat im ganzen jüdischen Land angefangen von Galiläa bis hierher. Pilatus 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 Untertitelung des ZDF, 2020